Es tut mir wirklich so, so leid, aber ich hab's einfach total eilig. Und überhaupt, ich weiß gar nicht, wie mir das passieren konnte. Kann ich Ihnen vielleicht irgendwas anbieten? Führerschein, Fahrzeugpapiere? Nein? Oder ein Kaffee, Cappuccino, Espresso, Latte Macchiato? Oder Geld? 20, 50, 100 Euro? Kann ich bitte weiterfahren? Oder gleich? Oder später? Bitte, ich hab's wirklich total eilig. Ich sag's dir jetzt, ich sag's genau. Du redst zu viel, du junge Frau. Mich hier jetzt solche Sachen fragen und vorher über Rot zu jagen. Du denkst, du kannst dich jetzt verpissen? Die haben's wohl ins Gehirn geschissen. Dein Führerschein ist weg, du Schlimme. Nicht für zwei Wochen, sondern für immer.